You can't stop me, go hot, not again, ate away to my heartbeat And a beating in the beat, I give a little speed to the great world, Shawcon, Shaw, E1, then we go up and gone, this is good, I don't know what this is... Let's go! Wir sind wieder da, wir sind wieder am Start, wir sind wieder am Start, heute mit meinem Bruder, heute kommt mein Bruder, das tut, mein Bruder kommt dazu, der kommt gleich. Ist dein Bruder hässlich? Das kannst du gleich selber entscheiden. Das kannst du gleich selber entscheiden, also wir kommen gleich hoch. Die hat auch eine große Stirn, so wie ich. Aber mobbt ihn nicht, ja? Ihr könnt mich gerne weiter mobben, aber nicht mein Bruder. Der arme Junge hat nichts getan. Welchen Song möchtest du denn singen beim Konzert? Ich glaube, erstmal fange ich mit, mit dem Plants vs. Zombie an. Dieses èhh, die Zombie's, Zombie's coming. Und sonst noch, ehm, vielleicht Among Us hier? Ja! Rot ist sass, gelb ist sass, du bist der sassi, backer, backer. Ich? Nein, wie kann es sein? Strom ist aus, ich hab dich gesehen, du bist gewertet, hä, was? Wer hat da dämlich? Bruh Nein, äh, äh, wenn sowas hier geschrieben wird, dann hab ich keine Lust mehr. Wenn Leute wirklich sagen dämlich, dann, äh, ihr könnt euch bei Artball bedanken, aber meine Stimmung ist jetzt gerade wieder ein bisschen weg. Vielen lieben Dank, dass du jetzt die Stimmung zerstört hast, aber wenn Leute schreiben, das ist dämlich, dann hab ich keine Lust mehr. Tut mir nicht leid. Komm rein, komm rein, komm rein. Hey, hast du gesehen, wie ich gerade gehört hab? Ich hab's gehört. Gehört? War stark oder nicht? Wirklich, ganz ehrlich. Das war schrecklich. Nein, das war voll schön. Aber war gut. Das war mega gut. Ich hab Gänsehaut bekommen. Er hat auch Gänsehaut gesagt, hat auch Gänsehaut gesagt. Wirklich, er meint das ernst, dass es gut ist. Er meint ernst, dass es gut ist. Also alle schreiben auch, dass es gut ist. Das war super gut. Das war echt gut. Er hat gesagt, das war gut. Er hat wirklich gerade wieder gesagt, das tut. Ich hab Tränen bekommen. Er hat auch Tränen in den Augen bekommen. Alle schreiben, dass sie Tränen in den Augen bekommen haben. Wirklich. Er meint das ernst, meint das echt ernst. Okay, krass. Ich werde dafür sorgen, dass Elias irgendwann seinen ersten Rap rausbringt. Also, es wird vielleicht nur semi-gut erst mal. Ja, nicht weil du semi-gut bist. Du bist wunderbar. Ich muss das ja erst mal üben. Ich muss erst mal klarkommen. Ah, er muss üben. Er muss üben. Okay, ja, ja. Also, ich kann das natürlich schon, aber er muss dann auch den Beat üben und so. Mein Bruder, der heißt Jonas, der ist 23 Jahre alt. Er macht auch Musik. Er ist Straßenmusiker. Hast du dieses eine Instrument mitgebracht? Ja, ja, ja. Guck, ich zeig euch das mal. Darauf kann ich dann noch rappen. Äh, okay, du rappst da drauf. Oh mein Gott. Wann rappst du? Nein, jetzt noch nicht. Nein, nein, nein. Jetzt nicht. Das ist nur, um zu zeigen, wie gut du bist. Meint ihr, er ist auf mein Level so als Producer? Wärst du wirklich... Weißt du, alle Leute lieben deinen Song. Der Butterkatzen-Zong. Er hat den Butterkatzen-Zong gemacht. Wirklich, er ist der Mann. Die Tuno hat wieder ein Video gemacht. Ja, ja, jetzt. Die Butterkatze. Stark, das Lied. Ist echt stark. Die Butterkatze. Sie ist wieder im Haus. Und sieht schon mal, wie soll ich mal, einfach grausam aus. Die Butterkatze. Sie hat Butter auf ihren Rücken. Ja, ja. Und sorgt dafür, dass alle Leute das so... Ähm, Breva zücken. Breva zücken. Wow. Das war echt stark, oder? Lil Elias, habt ihr einen Kopf auf Insta gemacht? Schau mal bei deinen DMs. Lil Elias, doch hier. Oh, ja, ja, ja. Ist das... Wär das stark oder nicht? Ha, ha. Das ist ja oberstark. Warum lachst du jetzt? Ist das witzig, oder wie? Das ist cool. Ich bin sehr gespannt, was Jonas hier aus machen wird. Ob er besser ist als ich. Ich werde mal schauen, wie wir angucken. Alright. Okay. Ah, alright, okay. Okay. Alright. Okay. Okay. Trips, our pimps, our walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Some good thing like Roxy, gupsy, sweat again. Let's all take up. And yo. Man, we're walking. This here is a party. Our party has been on Broadway. And we did it all. We're at that stage light. Gonna shine us down. Da, 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 da. Pack your suit, key, and play, go with my stuff. Ja. Trust me on my A, D, E, P, E, N, D, E, N, T-shirt. Put our hands up. Like the ceiling can't hold us. Yeah, yeah, twice. Like the ceiling can't hold us. You can't stop me. Go hot, not a good, ate away to my heartbeat. And a beating in the beat, I give a little speed to the great world. Shawk on Shaw, E, W, T, M, G, I've gone. This is good, but I don't know how to sing a song and a ghost size. Raise the set, this is a party. We came here to live live, like a party. When we was watching, I got my CD right behind me. If I'm falling, I get coffee. I'm falling, I'm getting an empty and then we came up. Leute schreiben, du bist best als Smackinor. Er würde bei DSDS aufklicken. Leute schreiben, du bist echt gut. Oha. Ja, ja. Oha. Ja, jetzt lass random battlen. Dann bin ich raus. Random battlen? Ja, wir machen jetzt wirklich, wir machen jetzt Karaokebette. Ihr schreibt jetzt ein Lied. Schreibt uns ein Lied, was wir beide nicht kennen. Wir machen Karaokebette, Karaokebette, was wir beide nicht kennen. Jetzt ein vernünftiges Lied, kein Meme-Song oder so. Also ein vernünftiges Lied. Doch, vielleicht, was man kennt, aber was man halt nicht so auswendig kennt. Was man nicht so auswendig kennt, ja, deswegen. Okay, wap wap, nee, hör auf, mach was Vernünftiges, Vernünftiges. Leute schreiben Justin Bieber, ja, was zum von Justin Bieber? Sollen wir You's To Know versuchen? Ja. Okay, wir versuchen das jetzt. Let's go, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, du fängst an. Told myself that you were right for me. 2, 3, 4, 5. But felt so lonely in your company. Company. But that was love and it's an ache I still remember. Okay. Jetzt bin ich, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ah, ah, ah. You can get addicted to a certain kind of sadness. Oh, 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 oh. Hör auf. Ja, ja, ja. Like resignation to the end always. Was? Nein, ich hab gechockt. Ich hab gechockt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ich hab gechockt. But I will admit that I was. Ah, ich hab gechockt. Ich hab schon wieder gechockt. Okay, zusammen, 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 zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt will ich mal ganz genau hören, was ihr meint. Wäre mal besser. Elias ist 1, 2 ist Jonas. 1 oder 2 in den Shit. 1 in den 2. Was? 2? Ah, ah. Warum? Er hat 2 mal alle 2. Sie hat mal alle 2. Nein. Alle Schramm 2. Nice, nice, nice. Danke, Leute. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ihr meint es nicht ernst, oder? Aha, jetzt kommen ein paar Einzelne. Ja, jetzt kommen ein paar Einzelne. Und Tränen. Und Tränen. Ja, Leute haben Tränen in den Augen. Die finden es echt schön. Ah, ich finde es gut. Okay, hmm, sieht aus wie ein Unschienen, würde ich sagen. Okay, ja. Ja, ja, ja. Ja, sieht gut aus. Yeah. Like it's strange and we feel so rough. Ja, 2, 3. Didn't have to cut me off, 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 off. Like it never happened and then we were nothing. But I don't even need you. Love, 2, 3, 4, treat me like a stranger and it'd be so rough. Somebody that I used to know 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 now you're just somebody that I used to know. Das ist so stark, das ist so stark. Ah, das ist so stark. Wir können, also ein Lied, was ich sehr fühle, das fühle ich sehr. Das kann ich auch gut singen, ja. Okay. Das ist ja ein starkes Lied. Das singe ich jetzt. Was, jetzt kommt gleich. Can you feel my love, can you feel my heart, can you feel everything? 2, 3, 4, 5, 6. What I wanna make when I change the fight, feel what I wanna make when I change the fight, feel what I wanna make, so I'll be just fine. Äh, ein Lied, was ich jetzt machen möchte. Ja, bitte, bitte. Das hier, okay? Oh, nein. Ist das zu slow? Ist das zu slow, das Lied? Gehen, alle bleiben drin! I like to make myself believe. The planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Alle bleiben drin! Ich hab gejogged. Ich hab die Lyrics verpasst. War mega gut. Alle sagen, das war gut. Das war echt stark. Wirklich war stark. Okay. Ja, ja, war echt gut. Okay. Also. Wir haben ein paar Songs. Ey, da ist schon wieder dieser Typ. Warum ist der denn überall? Also diese Jacke halt. Das ist halt so ein Meme. Das ist nur so ein Meme. Ah. Also, was wir machen können, versuch mal hier, versuch mal zu Freestylen. Versuch einfach zu Freestylen auf Mario. Ey, ich hab null Kreativität mehr. Du musst dir einfach ein paar Charaktere aus Mario suchen. Okay, komm. Weiß ich nicht, ob ich sowas kann. Du musst wirklich ans Mikrofon hören. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Let's go. Yo, yo, yo. Jetzt geht's los. Super Mario ist wieder da, mit Luigi an seiner Seite. Ja. Und Yoshi ist jetzt auch dabei. Und gemeinsam rauben sie die Beute. Sie gehen ins Schloss und klauen alles. Und Bowser denkt sich, was? Nein. Aber dann dachten die sich, hallo Bowser und wir verpassen hier eine. Und dann bist du kaputt. Nein. Nein. Also darum geht es hier gar nicht bei Mario. Bei Mario versuchen die Apifs zu retten. Die klauen nichts. Guck dir die doch an. Die sind voll Gangster. Die sind Gangster. Was ist das eigentlich da links hinten? Was ist das denn für ein Ding in der Windel? Keine Ahnung. Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Mario und Luigi. Ach so machst du das? Was? Einfach nur. Nein, nein, nein. Mario und Luigi. Ja, so mach ich das. Bin wieder auf dem Weg. Und dann kam Bowser. Und dann dachten sie sich, lass mal alles klauen von Bowser. Nein. In seinem Schloss, weil der ist scheiße. Nein. Weil der macht uns doch immer tot. Okay. Und dann ging sie in das Schloss rein. Und dann sahen sie ganz viele coole Sachen. Sie sahen, sie sahen eine coole, einen coolen Gameboy. Und dann sahen sie eine Bowser-Statue. Und die haben alles geklaut. Die haben alles mitgenommen. Jonas, die klauen nicht. Und Bowser dachte sich, nein, was ist das? Die klauen nicht. Hör jetzt auf. Warum gibt's dir meine Sachen mit? So geht das Spiel doch nicht. Wir hatten doch, wir machen hier so eine Rettung dazu. Das riecht es aus. Hör auf. Und dann kommt ihr einfach in mein Schloss. Hör auf damit. Da wird nicht geklaut. Da wird nicht geklaut. Das ist Mario und Luigi. Ich war gerade so richtig drin. Da wird nicht geklaut. Ich war so richtig drin. Ich habe endlich mal Kreativität gefunden. Da wird nicht geklaut. Und dann machst du es mir kaputt. Die ganzen Pilze und Münzen, hallo? Die klauen all seine Münzen im Schloss. Ja, aber das ist alles. Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Das ist nur... Nein, nein. Hast du jemals irgendwas hier gelassen, was du in diesem Schloss findest? Nee, ne? Also... Ja, Zombie, Zombie, Zombie. Die Zombies sind wieder auf dem Weg, um ins Haus zu kommen. Ja! Nein, nein, ihr kommt hier nicht rein, rein. Okay, okay, jetzt kommen die Pflanzen, die Pflanzen. Die Pflanzen, eins, zwei, drei. Die Sonnenblume gibt Power für die Pflanzen. Dann gibt es ne Eispflanze. Sie hält die Zombies langsam auf, damit sie nicht reinkommen. Nein, nein, das kann nicht sein. Was macht ihr schon wieder? Die Zombies haben auch schwimmen, schwimmen gelernt. Ja, die kann wirklich schwimmen. Jim, wir machen einmal... Weil du bist ja, du bist Spanisch, ne? Du kannst Spanisch. Ich bin genau von der gleichen Herkunft wie du, Elias. Ach ja, du kannst aber Spanisch, oder? Du kannst Spanisch. Ja, ein bisschen. Alles, was Englisch ist, mache ich. Alles, was Spanisch ist, machst du, okay? Verstanden? Und... Verstanden? Aber das ist fast alles Englisch. No, fighten! Nee, guck, jetzt singt er ja Englisch. Jetzt singt er Englisch. Mach, mach, mach. Shakira, Shakira. Jetzt hoch! She makes a man wanna speak Spanish. Jetzt mit zu. Como te llama? Bonita. Mi casa su casa. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Warum lachst du? Weißt du, was wir machen? Nee, du kannst ja Spanisch. Also, das machen wir. Das singst du jetzt, komm. Nein, 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 nein. Kannst du das? Bitte, 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 bitte. Du bist, du kannst Spanisch, du kannst, du bist Spanisch. Versuch. Okay, alle ganz ruhig, alle ganz ruhig, alle ganz ruhig, alle ganz ruhig. Alfonso. Er ist Spanisch, er kann das. Oh, no, oh, yeah. Si, sabes que llevo rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Oho, let's go. Oho, scheiße. Das kannst du. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiero lutar, tu cuero despacito. Aha. Deja con mi dan, tu sas ad oíto. Oho. Para que acuerdes en esas da con... Despacito. Quiero desunarte a veces despacito. Firme en la pared de tu de albertino. Das war echt gut, das war wirklich gut. Das ist pure Folter, ich will das nicht machen. Das war echt stark, nee, das war wirklich stark. Also im letzten Stream, im letzten Stream haben alle mich beleidigt. Billioner. Habe ich einmal kurz meine Haare nach hinten getragen und dann haben die gesagt, dass Flugzeuglande waren, meine Stirn. Und bei dir schreibt niemand das. Ja, meine Stirn ist noch fetter. Guck dir das an. Warte, halt mal deinen Augenbrauen auf gleiche Höhe. Ja, meine Stirn ist noch viel größer. Warum schreibt das jetzt niemand bei ihm? Warum schreiben alle bei mir? Ja, weil die mich noch nicht so kennen. Bei mir haben alle Flugzeuglandebahn und so geschrieben. Ja, die Flugzeugkommun. Ja, ich weiß nicht, warum haben wir so fette Stirn, Elias? Die Flugzeugkommun haben Leute geschrieben, das ist jetzt ein bisschen gemeint, das ist echt gemeint. Ja, echt so. Ich weiß es nicht genau, warum.